Wir hatten im ersten Video einige Brüche aufgestellt und jetzt könnte man sich mal die Frage stellen, sind Brüche eigentlich so eindeutig? Und da möchte ich noch mal ein Beispiel machen von der Pizza. Hier eine Pizza und der Pizzabäcker, wie man das so kennt, zerteilt diese Pizza in gleichmäßige Stücke oder halbwegs gleichmäßige Stücke. Und von diesen Stücken werden zwei gegessen und wir wollen mal schauen, wie viel von der Pizza wurde dann gegessen. Das sind insgesamt sechs Stücke, das heißt, hier haben wir schon mal Sechstel und zwei von denen wurden gegessen, also zwei Sechstel. So, ein anderer Pizzabäcker unterteilt dieselbe Pizza etwas anders. So, wie man das normalerweise zwar nicht kennt, aber möglich wäre es auch. Der unterteilt diese Pizza so. Und dieses Stück wird gegessen. Dann würde man sehen, okay, insgesamt sind es drei Stücke, eins davon wurde gegessen. Also wurde ein Drittel der Pizza vertilgt. So, und wenn man sich jetzt mal anguckt, die Größe dieses Stücks hier, dieser beiden Stücke und die Größe dieses Stücks, dann stellt man fest, Mensch, die sind ja ganz genauso groß. Das heißt, ob ich zwei Sechstel der Pizza gegessen habe oder ein Drittel der Pizza, das ist gar kein Unterschied. Denn natürlich könnte ich gedanklich dieses Drittel jetzt nochmal unterteilen. Ja, könnte dieses hier durchziehen. Und dann habe ich genau dasselbe Bild wie oben. Hm. Und vielleicht kommt ein dritter Pizzabäcker auf noch eine weitere Idee. Der meint es besonders gut. Und zerteilt das Ganze in noch viel mehr Stücke. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ist jetzt nicht ganz gleichmäßig. Ich könnte sie auch gleichmäßig zerteilen. Dann haben wir zwölf Stücke. Und von diesen zwölf Stücken essen wir vier. Und wenn man jetzt genau hinschaut, dann ist das wieder genauso groß, wie das hier war und wie das hier war. Das heißt, vier Zwölftel scheint ebenfalls das Gleiche zu sein wie zwei Sechstel, ein Drittel. Und man kann an dieser Stelle sagen, es gibt natürlich unendlich viele Möglichkeiten, diese Pizzabäcker zu zerteilen. Nicht alle davon führen dazu, dass man nachher Sechstel oder Drittel oder Zwölftel hat. Aber es gibt unendlich viele Möglichkeiten, unendlich viele Brüche, die alle dasselbe Stück Pizza darstellen. Je nachdem, in wie viele Unterstücke man das Ganze zerteilt hat. Und das sagt natürlich was zur Eindeutigkeit der Brüche, beziehungsweise zur Nicht-Eindeutigkeit. Und das, was man an dieser ganzen Sache rausfindet, ist, es gibt unendlich viele Arten mit Brüchen, dasselbe darzustellen. Und die sind alle nicht richtig oder falsch, das sind halt nur unterschiedliche Arten der Darstellung. Und das heißt aber auch, wenn man vier Zwölftel hat, ist das nicht der einzige Bruch, der dieses Stück meint. Sondern ein Drittel würde vielleicht genauso gehen. Und wie man das Ganze ineinander umrechnet und welche Rechenoperationen möglich sind, werden wir auf jeden Fall noch besprechen.